Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie man für Jurassic World Evolution bzw. Planet Zoo Mods herunterladen kann und diese dann auch installieren kann. Als allererstes müsst ihr dafür natürlich eine Mod euch raussuchen und diese dann herunterladen. Dafür gehe ich eigentlich immer in der Regel auf Nexus Mods. Das ist glaube ich auch so die größte Seite, wo es die meisten Mods gibt. Es gibt auch noch ein paar andere Seiten, aber die benutze ich persönlich auch gar nicht. Deswegen werde ich auch Nexus Mods für euch verlinken, weil ja eigentlich gibt es auch immer alle coolen Mods, die man so finden kann im Internet. Dafür könnt ihr einmal auf nexusmods.com Jurassic World Evolution gehen für JWE und einfach hier das Ganze zu Planet Zoo ändern, wenn ihr Planet Zoo Mods herunterladen wollt. Wir können jetzt mal auf die Planet Zoo Seite gehen. Da landet ihr dann hier. So sieht das Ganze aus. Hier könntet ihr dann schon die neuesten Mods sehen. New Today sind leider null. New This Week, das heißt das sind die neuen Mods dieser Woche. Da könnt ihr dann auch filtern nach bestimmten Sachen zum Beispiel. Das sind die beliebtesten der letzten 30 Tage. Und da seht ihr schon einige Mods. Und insgesamt gibt es auch schon ziemlich viele. Die kann man sich dann alle mit Bildern angucken, die Beschreibung durchlesen und so weiter. Kommen wir aber gleich zu, weil als allererstes, wenn ihr sowas runterladen wollt, müsst ihr euch auf dieser Seite erstmal registrieren. Dafür geht ihr oben auf Register, gebt dann hier eine E-Mail ein. Dann kriegt ihr so einen Code zugeschickt. Den gebt ihr dann da ein. Und dann müsst ihr ein Passwort festlegen. Und das war es dann in der Regel schon. Ist eigentlich relativ einfach. Das muss ich euch, denke ich mal, jetzt auch nicht zeigen. Ich logge mich jetzt mal eben hier ein. Und dann machen wir weiter. So, ich bin jetzt eingeloggt. Das seht ihr jetzt auch hier oben rechts. Der Danni-Mann. Und jetzt kann ich mir eine Mod raussuchen und diese dann installieren. Ich würde sagen, wir nehmen sogar mal eine von den neuen Mods. Wie wäre es denn mit dieser witzigen Mod hier? Lamas mit Hüten. Wer kennt es nicht? Karl, das tötet Menschen. Also, das ist diese witzige Mod. Die gibt den Lamas Hüte. Die laden wir jetzt mal runter. Ihr könnt euch, also, wenn ihr auf so eine Mod klickt, dann seht ihr erstmal eine Übersicht. Hier seht ihr den Namen. Hier seht ihr die Bilder. Und hier unten könnt ihr dann auch zum Beispiel auf Files klicken. Das sind dann die Download-Files. Hier könnte man das Ganze dann runterladen. Hier oben rechts könntet ihr auch einfach auf Download klicken. Dort könnt ihr das Ganze auch runterladen. Machen wir jetzt mal schnell. So, das dauert jetzt einmal, weil wir haben jetzt die kostenlose Version. Man kann auch die Premium-Version sich besorgen. Das geht natürlich auch. So, das Ganze lädt jetzt runter. Wenn das Ganze dann fertig runtergeladen ist, könnt ihr das einmal öffnen mit WinZip oder WinRar. Das sollte eigentlich jeder auf dem PC installiert haben, das Programm. Falls nicht, guckt einfach nach einem Tutorial, wie das geht. Gibt es genug auf YouTube, die das euch erklären. Das klicken wir einmal weg. Hier haben wir dann den Ordner, wo die Mods sich dann drin befinden. Da klicken wir einmal drauf. Und dann seht ihr schon, als allererstes eine Textdatei. How to install. Da wird erklärt, wie man das Ganze installiert. Ist bei den meisten Mods auch vorhanden. Es gibt allerdings auch Mods, wo so eine Datei nicht vorhanden ist. Was ihr dann machen müsst, kann ich euch dann aber auch gleich erklären. Das hier sind übrigens in der Regel immer die Dateien, die ihr ersetzen müsst. Diese OVL-Dateien oder OVS-Dateien. Klicken wir mal drauf. Schauen wir uns das mal an. Ist natürlich alles auf Englisch. Und hier steht dann wirklich Step by Step, was man machen muss. Hier steht dann auch genau der Ordner, wo man hinnavigieren muss und so weiter. Ja, im Prinzip ist diese Location oder dieser Ort immer am wichtigsten. Da müsst ihr gleich hinnavigieren. Das ist auch gar nicht so schwer. Ja, also ich kann es euch immer empfehlen, wenn ihr wirklich hier zu diesem, das ist in der Regel immer das Planet Super Zeichnis. Wenn ihr da hinkommen wollt, ich habe das jetzt mal ganz schnell auf den zweiten Bildschirm gezogen, damit ihr das auch oben links dann noch sehen könnt, den Pfad. Also dieser Pfad hier, den ich jetzt markiere für euch, das ist so in der Regel der wichtigste Pfad. Da müsst ihr hingehen. Da müsst ihr nämlich die Dateien austauschen. Wie ihr am besten da hinkommt, das zeige ich euch jetzt auch mal eben. Nämlich am besten geht das Ganze über Steam. Ich öffne dafür mal eben Steam. Ich hoffe, das könnt ihr gleich sehen, dass das Fenster da nicht im Weg ist. Das ist immer alles nicht so einfach, auf einem Bildschirm tatsächlich zu erklären. Ich glaube, ich muss das mal einmal rübermoven. So, machen wir mal so. Und dann könnt ihr hier einfach auf die Bibliothek gehen, zu eurem Spiel, zum Beispiel jetzt in dem Fall Planet Zoo. Eigenschaften, also Rechtsklick mache ich da drauf. Eigenschaften, lokale Dateien. Und dort könnt ihr dann lokale Dateien durch Suchen anklicken. Dann kommt ihr nämlich schon in dieses wundervolle Planet Zoo Verzeichnis, was ihr hier seht. Also, das heißt, ihr seid schon so. C, Programmfile, Steam, Steam Apps, Common, Planet Zoo. Da oben seht ihr das. Und jetzt könnt ihr hier mal eben gucken. Also, hier auf dieser Seite. Steam Apps, Common, Planet Zoo. Da befinden wir uns jetzt gerade. Das heißt, wir müssen jetzt hier weitermachen und auf Win64 gehen. Das ist dieser Ordner. Als nächstes auf OVL-Data. Dann auf Content 2. Dann auf Animals. Das ist eigentlich recht einfach mit dieser Anleitung. Animals. Forces. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen. Ich denke schon. Lama. Und dort befindet sich der Ordner, wo dann unsere Dateien im Endeffekt hin sollen. Ja, jetzt blende ich das mal eben wieder aus, die Anleitung. Einen Moment. So. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, dass ich euch das vernünftig zeigen kann. Also, das ist jetzt der Ordner, wo das Ganze hin soll. Wichtig ist jetzt, bevor ihr diese Dateien ersetzt. Dann kopiert euch diese Dateien einmal, indem ihr die markiert. Und hier auf Kopieren. Und dann kopiert euch die irgendwo auf dem PC. Einfach nochmal, dass ihr ein Backup habt. Das heißt, wenn irgendwas schief geht oder irgendwas nicht mehr funktionieren sollte, könnt ihr wieder die Originaldateien da reinziehen. Falls ihr das mal vergessen solltet, dann zeige ich euch gleich auch noch eine Lösung, wie ihr das Ganze dann trotzdem wieder zum Laufen bekommt, falls mal was schief geht. Also, wenn da mal was kaputt geht, ist das alles gar nicht so schlimm. Aber es ist immer am besten, sich ein Backup vorher zu machen. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in den Ordner. Das sind ja hier die Dateien, die wir runtergeladen haben. Und die müssen wir jetzt in die dementsprechenden Ordner packen. Im Prinzip sind das immer die Ordner, wo sich auch genau diese Dateien schon drin befinden. Also, das ist jetzt Lama-Mail. Das ist das männliche Lama. Da können wir mal reingehen. Und dann seht ihr schon, hier sind genau, also diese beiden Dateien müssen wir jetzt ersetzen durch diese beiden Dateien. Die ziehen wir jetzt einfach rüber. Also, ich habe die jetzt beide markiert. Und ziehe die jetzt einfach hier rüber. Datei im Ziel ersetzen. Ja. Und schon ist das männliche Lama soweit installiert. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Machen das Ganze nochmal für das weibliche Lama. So, nehmen die beiden Female-Dateien. Also, ihr seht ja immer, die genau gleichen Namen sind das in der Regel, die ihr ersetzt. Ziehen das rüber. Und auch hier Datei im Ziel ersetzen. Und das war schon. Fertig. Ganz, ganz einfach. Jetzt können wir schon das Spiel starten. Und die erste Mod ist installiert. Und schon sind wir in-game. Und ihr seht schon, das Ganze hat funktioniert. Die Lamas haben Hüte auf. Die Mod wurde erfolgreich installiert. Jetzt müsst ihr eigentlich jetzt auch noch einen anderen Hut geben. Den würde ich mir auch mal kurz angucken. Da ist er. Ist eine witzige Mod. Kann man nicht anders sagen. Aber ihr habt es schon gesehen. Das ist relativ einfach, so eine Mod zu installieren. Ich zeige euch aber jetzt gleich auch nochmal, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr da nicht so eine Anleitung habt, wo ihr das Ganze hinkopieren müsst. So, ich habe jetzt hier mal die nächste Mod runtergeladen. Nämlich hier eine, ja, Warzenschwein-Mod müsste das sein. Oder Wildschwein. Ich weiß es gar nicht. Müsste man mal auf Englisch, also übersetzen. Ich habe keine Ahnung, was Red River Hawk heißt, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir gehen jetzt mal hier rein. Und gehen jetzt einfach mal davon aus, dass hier keine Anleitung drin ist. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Weil ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Bei einer Mod, wo mal so eine Anleitung nicht dabei ist. Ihr müsst auf jeden Fall wieder genau in das gleiche Verzeichnis gehen. Diese beiden Namen sind übrigens gleich ganz wichtig von den beiden Dateien. Die müsst ihr euch mal eben merken. Ich blende euch die mal eben nochmal extra ein. Ich habe das Ganze jetzt oben rechts für euch eingeblendet. Bei mir ist es auf dem zweiten Bildschirm jetzt. Also diese beiden Dateien sucht ihr und wollt ihr ersetzen. Das heißt, ihr geht erstmal wieder ins Planet Zoo Spielverzeichnis. Habe ich euch ja schon gezeigt. Einfach bei Steam. Eigenschaften. Lokale Dateien. Lokale Dateien durchsuchen. Und dann seid ihr schon im Planet Zoo Spielverzeichnis. In der Regel sind die Dateien, die ihr austauschen müsst, immer hier im Win64-Ordner und in dem OVL-Data-Ordner. Also hier findet ihr eigentlich alle Dateien, die ihr fürs Modden austauschen wollt. Im Prinzip ist es so. Content 0 ist das Hauptspiel. Content 1 ist das erste DLC, also das Arctic Pack. Content 2 das zweite DLC, also das Südamerika Pack. Und hier sind auch nochmal so ein paar Dateien drin. Heißt in der Regel, wenn ihr zum Beispiel den Eisbären austauschen wollt oder gegen irgendein Tier ersetzen wollt, dann müsstet ihr hier reingehen, weil hier halt das Arctic DLC ist. Aber ihr könnt es euch auch noch einfacher machen. Ihr habt ja hier die Namen von den Dateien. Und wenn ihr dann hier in diesem OVL-Data seid, könnt ihr einfach zum Beispiel nach dieser Datei suchen. Also Common Warthog. Das dürfte das Warzenschwein sein. Das müsste eigentlich schon reichen, wenn ich das eingebe. Drückt ihr auf Suchen. Und dann findet ihr nämlich hier schon den passenden Ordner. Die Datei oben rechts, die heißt Common Warthog Female. Das heißt, wir müssen hier in den vierten Ordner gehen. Common Warthog Female. Und schon sind wir im richtigen Ordner. Das sind die beiden Dateien, die wir austauschen müssen. Ging also ganz einfach, auch ohne Anleitung. Wichtig ist jetzt wieder, bevor ihr die austauscht, einmal eine Backup-Datei machen. Also das heißt, die Dateien rauskopieren und euch irgendwo speichern. Und dann könnt ihr einfach die anderen beiden Dateien rüberziehen. Und schon haben wir die nächste Mod installiert. Und hier habt ihr nochmal den Beweis, dass das Ganze funktioniert hat. Also die weiblichen Warzenschweine wurden jetzt durch die von der Mod ersetzt. Ich weiß jetzt nicht, welches Tier das genau ist. Das könnt ihr, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Aber ihr seht, das Ganze hat ohne Probleme funktioniert. Sieht auch sehr süß aus, die Mod, muss ich sagen. Nicht schlecht. Falls es mal passieren sollte, dass ihr irgendwie die falsche Datei löscht. Oder das Spiel crash beim Starten, weil die Mod irgendwie nicht so toll ist. Dann keine Panik, Leute. Ihr habt ja entweder das Backup. Das heißt, ihr könnt wieder die alten, normalen Spieldateien dort reinkopieren. Und falls ihr gar keine Lösung mehr findet, dann auch keine Panik. Es gibt eine ganz, ganz einfache Lösung. Ihr könnt zum Beispiel dann einfach hier auf Plane zugehen. Rechtsklick. Eigenschaften. Lokale Dateien. Und hier auf Dateien auf Fehler überprüfen. Das sollte bei mir jetzt auch funktionieren. Also er sollte auf jeden Fall was finden, weil ich habe gerade einfach mal einen ganzen Ordner gelöscht. Der sucht das jetzt einmal durch. Und in der Regel ist es dann so genau. Er hat jetzt hier einiges gefunden. Ihr seht, schon 2.189 fehlerhafte Dateien werden erneut angefordert. Die lädt er jetzt runter. Und dann, wenn der Download fertig ist, dann installiert er die. Und dann funktioniert wieder euer Spiel einwandfrei. Also wenn ihr mal irgendwas kaputt macht oder irgendwas falsch läuft, keine Angst. Das könnt ihr ganz, ganz leicht mit dieser Funktion wieder reparieren. Dann, ich lasse das jetzt mal eben durchlaufen. So Leute, das Ganze wurde jetzt erfolgreich runtergeladen. Die Dateien werden jetzt alle überprüft und installiert. Und dann sollte Planet Zoo eigentlich wieder problemlos funktionieren. Ich zeige euch aber jetzt nochmal ein kleines Beispiel für Jurassic World Evolution. Aber im Prinzip ist das Ganze komplett identisch. Also ihr geht dann einfach hier auf nexusmods.com Jurassic World Evolution. Und dort habt ihr dann auch eine wunderschöne Übersicht. Da könnt ihr dann euch eine Mod zum Beispiel raussuchen. Das sind jetzt alle neuen Mods von dieser Woche. Das sind sogar relativ viele. Könnt ihr uns ja mal hier irgendeinen coolen raussuchen. Red Eye for Indominus Rex. Oh, das klingt doch ganz nett. Er hat da so richtig knallige rote Augen. Seht ihr hier auf dem Bild. Die können wir uns jetzt mal runterladen. Und dann installieren wir die auch gleich mal. So, Slow Download. Die Datei ist fertig runtergeladen. Jetzt öffnen wir das Ganze. Und dann sehen wir hier schon Indominus Rex. Klicken wir mal drauf. Und wir haben hier keine Anleitung. Das heißt, wir müssen das wieder suchen, diese beiden Dateien im Prinzip. Dafür müssen wir aber als allererstes wieder in das Spieleverzeichnis von Jurassic World Evolution gelangen. Ist im Prinzip genau gleich wie bei Planet Zoo. Ihr müsst halt nur hier in Steam in der Bibliothek Jurassic World Evolution stattdessen auswählen. Rechtsklick. Eigenschaften. Lokale Dateien. Und dann lokale Dateien durchsuchen. Dann kommt ihr in diesen Ordner. Könnt ihr auch schon mal wieder in Win64 gehen. Und UVL Data. Habe ich euch ja vorhin erklärt. Das ist immer der Ordner, wo eigentlich alle Dateien ausgetauscht werden. Und hier ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Aber ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also diese normalen Content-Dinger, das sind im Prinzip alle großen Updates. Das heißt, das ist so das Hauptgame von Anfang. Das ist das erste große Update. Zweite große Update. Dritte große Update. Vierte große Update. Und hier kommen dann die ganzen DLCs. Ich weiß jetzt gar nicht die Reihenfolge. Aber das sind so die ganzen Ordner. So ist das Ganze angeordnet. Hier sind dann auch nochmal so ein paar andere Files drin. Aber das nur, damit ihr so einen Überblick habt. Ihr müsst im Prinzip gar nicht wissen, was das hier genau ist. Weil ihr könnt ja einfach gleich wieder die Suchfunktion nutzen. Dafür blende ich nochmal ganz kurz oben rechts die beiden Dateien ein, die ihr dann suchen müsst. Nämlich in Dominus Racks. OVL. Das könnt ihr wieder einfach oben rechts dann in der Suche in diesem Fenster eingeben. In Dominus Racks. Geben wir einfach ein. Drücken Enter. Und dann findet ihr hier schon den Indominus Racks Ordner. Und da sind dann auch die beiden Dateien, die ihr im Endeffekt dann ersetzen müsst. Ich mache mir jetzt nochmal eine kleine Sicherheitskopie. Das heißt, ich kopiere mir die. Und ziehe mir die mal eben hier auf dem anderen Bildschirm. So. Und dann könnt ihr einfach die beiden Dateien, die ihr heruntergeladen habt, von der Mod-Seite, könnt ihr einfach in euer Spielverzeichnis ziehen. Dateien im Ziel ersetzen. Und schon ist die nächste Mod installiert. Und so sieht das Ganze aus. Der in Dominus Racks hat jetzt knallig rote Augen. Hat also alles funktioniert. Wir können mal eben pausieren in diesem wunderschönen Bild. Hier seht ihr nochmal die roten Augen. Ein bisschen besser. Also ist relativ einfach mit dem Mod installieren. Falls ihr noch weitere Fragen oder so dazu habt. Oder irgendwie Probleme oder sowas habt. Könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, wir haben hier genug Leute in der Community, die euch dann helfen können. Falls ich das Ganze lese, kann ich euch natürlich auch helfen. Weil ich habe schon einiges an Erfahrung. Ich habe schon so viele Mods installiert. Und falls euch das Video geholfen hat oder gefallen hat, würde ich mich auch mega über ein Däumchen freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.